Du bist scheißt und ich kann dich verstehen. Joa, na? Es scheint mir fast so, als ob du das alles hier zum ersten Mal erlebst. Und wäre das gut oder wäre das schlecht? Es wäre einfach besser, wenn man in seiner eigenen Liga spielt. Bei allem Respekt. Freiheit! Wer von euch hat hier das Sagen? Wir sind nicht interessiert. Die Frage war, wer von euch hat das Sagen? Ich weiß, dass du für Abdul Karim arbeitest. Ihr und Jorge schafft bergeweise Schnee an. Diese Welt ist neu für dich, nicht wahr? Nur wenige sind mit ihr vertraut. Und auch sie hat eine dunkle Seite. Dort geht es gnadenlos zu. Glaub bloß nicht, dass du die Leute kennst, mit denen du zusammenarbeitest. Ich kenne das Geschäft schon lange. Die Leute werden gierig. Und sie werden nervös. Sie fangen an, sich zu hintergehen. In dieser Branche denkt jeder vor allem an sich selbst und an die Kohle. Ich glaube, das solltest du auch tun. Hm? Ich glaube, das solltest du auch tun.